Also neben dem ganzen skispezifischen Training gehe ich am allerliebsten in die Berge. Also ich wohne in Oberstdorf, ich habe die Berge vor der Haustür und muss wirklich nur von daheim loslaufen und kann auf die höchsten und tollsten Berge gehen. Es macht mir einfach besonders Spaß mich vor allem bergauf auszupowern und oben hat man immer eine traumhafte Aussicht. Also meine absolute Lieblingstour im Sommer ist die Tour aufs Hügelhorn. Es geht ungefähr so, wenn man gut sportlich läuft, zwei Stunden bergauf, zwei Stunden bergab. Man hat alles mögliche dabei, vom flachen Gelände bis wirklich Kraxeleien, ist auf über 2000 Meter, hat eine tolle Aussicht und auf dem Runterweg kommt man noch am Geißalbsee vorbei. Kann man sich abkühlen, wenn man Lust hat, wenn es wirklich heiß ist. Genau und einkehren kann man auch noch auf dem Runterweg. Das war's für heute.